herzlich willkommen zur weiteren folge hier noch für den marsch wir werden weiterfahren mit unseren schweinen wir fahren die jetzt zum schlachter ich weiß nicht man könnte einer ein bisschen warten aber ich brauch den platz und ich möchte auch gerne fleischer kaufen das heißt immer noch einmal fahren so starten wir gleich und wir fahren über unseren doch ein bisschen näher bauen oder wir wissen den die stelle entsprechend an das funktionieren also wenn er in der anrichtung aber sie über das jetzt ja später hinter der tag und ab morgen ist viel gesagt was man genau auch im wetter kommt weiß noch gar nicht selder wird noch nicht gehen aber das könnte schnell gehen ganz kurz tun weg noch nicht öfter Tja, jetzt mag es halt alles, außer Bier. Hier war ich aktuell nicht, aber da kann ich uns hoffen. So, das ist ja auch in die Ecke, jetzt kommt man hier an die Gartenbauer, in die Ecke rechts. Haben wir uns hier ran gefahren? Gibt's doch gar nicht, ne? Ich bin immer nur müde. Ich werde eher immer Arsch runter. In die Zeit, so um 30 Uhr, habe ich eigentlich immer, ja, Mittagsschläfchen, ne? Aber wie gesagt, eigentlich. Ich wurde entschieden, etwas kürzer zu schlafen. So, ich kann meine Zeit wirklich verwenden, äh, äh, verwenden. So, zurück. Und, auch sind sie. Wir wissen, was da immer animiert seid, ne? Das wäre für mein Teil, das ist wirklich geil. Klar. Ja, die Arbeit langsam, glaube ich. Aber Stufe 1 dauert eh wird länger, ne? Ja, wir können auf 5 gehen. Total ist auch nicht. Weil... Nur auf 30 wäre nichts zu empfehlen, äh, wenn man Tiere vertransportiert hat, ne? Weil normalerweise sind die Entfernungen nicht so groß, wenn man dann Zeit nimmt, äh... Ja... 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 Das, was, äh... ...seasons wegnimmt, gibt mir HDR wieder. Ja, 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 ja. Ja... 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 Yay... Ja! Die wollen ja nochmal, in den nächsten Tagen noch kräftig Geld verdienen, ne? Ei! Ja... Wir haben auch noch Schulden. Immer noch 2.000.000. Das ist aber nächstes Mal schätzen. Die Zimten sind mittlerweile gewaltig. Und da haben wir Zeit, dass wir die Schulden wieder hoch werden. Die Hände sind genau wie die von der Gratzeit. Nicht schlecht. Ich kann gar nicht gucken, wie das aussieht. Sieht nicht natürlich aus. So. Also es gibt männliche Tiere und weibliche Tiere. Die männlichen Tiere haben ein bisschen mehr Gewicht. Aber wir können es zwar nicht steuern. Aber es gibt mehr weibliche Tiere. So. So. Naja, das kann ich nicht. Was haben wir noch? Da können wir nur die anderen Tiere nach dem Wiesenstall. Aber bauen können wir auch nicht. Ja, das können wir schon. So. Einmal die Schulden weg sind. Dann gehts. Jetzt sind die Züge nicht ganz so dramatisch. So. 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 Ja, das ist toll, oder? so die nächsten fünf oder sechs genau geschafft zunächst warten bis es älter geworden sind und vor allen Dingen ein bisschen mehr Gewicht haben geht es um Gewicht in Beziehung ist ja auch Blödsinn aber ich wollte es testen, ich wollte es mal sehen, ob wir es verdienen könnten wir können damit verdienen, aber wie gesagt, es geht um die Schweine mal sehen wir, ob wir es machen müssen so, um Wachstum also hier könnten wir rein theoretisch jetzt nachher hopfen und hier und da könnten wir auch hopfen nehmen wir müssen nicht Mais also Mais ist nicht unbedingt notwendig ja, ansonsten hier haben wir auch Gras hier haben wir Gras drin ein großes Feld und da und da dann müsste das eigentlich reichen für Silage ach so, Wachstum mal weiter gell ach, ist gepflanzt ah, ja gut, ok hier ist Weizen drin Weizen und da ist die erste so, wir gucken wie gedüngt 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 gedüngen müssten wir die Wiesen so oder so also wir werden auch mal gleich in Angriff nehmen und zwar wenn wir die 12 und die 15 und die 2 gedüngen sobald das Plus gerade gibt, dass wir da losnehmen können das heißt wir brauchen jetzt ein Fahrzeug Taktor kleinen, leichten Legebereifung mit Jünger voll machen ne, nicht drückt Zeit abgedrückt den bauen wir um Legebereifung voll getankt halbwegs ein Kuss da sind 1, 2, 3, 4, 5 aber wir haben perfekt vor nie die oder vor nie die oh, eh, okay so gut, dass wir hier sind ne so ach, das ist ja neu gut ist ja nicht ganz so dramatisch so äh Pflegebereifung aber wir sind da so kann man da ja auch mit den 12 oder oder, oder nja äh, nehmen wir eine 2-Achse oder eine 1-Achse? die 1-Achse hat eigentlich als Mission gewählt, ne und da bisschen kleine Felder können wir im 1-Achse annehmen und Mission können wir nehmen äh, falls man den annehmen das müssen wir auch keine wegnehmen, ne haben wir noch drinnen wir holen dann gleich nach wir haben noch was produziert, ne falls wir heute Nacht äh äh voll sein könnte die Portion, ne der Unge Sekt also dann machen wir gleich ja das Haus und ab macht noch kosten eingesparert und von der Leih auf die ja 2 Hane wann da glaube ich ok Bisschen mehr wie Feine fahren, das kann man nur machen, wenn der Anhänger leer ist, wenn der Anhänger voll ist und schlecht, dass wir arbeiten könnten, probieren kann also mit dem Kram fahren wir, aber ich führe jetzt aber das macht er nicht, wir wollen ja nicht durch wir testen das mal und zwar geht das hier in Büngen, das ist genau hier bei 2, vorwärmen wir 2, ich mache ruhig, das geht immer gleich mal, das wird nicht lange dauern gut, der Brun ist getroren, dürfen wir trotzdem gehen, rein theoretisch, aber ja, wenn das das 10 Blatt geht nicht, geht nicht, ne, so, jetzt fütsch mal durch das ist jetzt ein, der geht keine Pflegebereifung, das weiß ich die beiden gehen keine Pflegebereifung, dann haben wir hier noch welche ja, der braucht bisschen viel, wenn Nachbar rechnet, wo sie wissen werden da hätten wir noch mal rum, aber das ist ja so siehst du den bringen wir auf die 5.12 Uhr, dann nehmen wir gleich den Hof-Anhänger dann kann er da auch nach oben arbeiten kann auch ein Bühner sein, ne aber das hat keine Funktion außer wenn ich mich anklicke und dann auf Kalk, dann kann das nicht, ne aber in dem Fall auch gar nicht Dünger, er war da wird ein 12 damit ist voll ich kriege noch mehr rein, aber wir haben es ja, ne Dünger, bitte, Dünger Dünger, los Dünger, das soll es vor heute gewesen sein, ich sag mal schön Dackt ich danke auch für jeden Like, für jeden Abo und jeden Schleichen, jeden Kommentar dann tschüss und noch tschau, bis dann, tschüss